So, da wären wir wieder zurück. Freut mich, dich kennenzulernen, Private Opa. Wie ist deine Situation? Erzähl, komm mal, vom alten Generator RASVOK und dem Geheimnis von Artefakt. Wow. Das klingt, als ob du bereits ein ziemliches Abenteuer hinter dir hast, Private Opa. Spiral HQ wird sicher in dem Artefakt interessiert sein, das hast du geborgen, das du geborgen hast. Es ist auch, als es bemerkt wird, dass du es geschafft hast, dich einem Bremlin im Urwerk zu stellen und überlebt hast. Bremlin? Urwerk? Klingt, als müsste ich dich mal auf den neuesten Stand bringen. Wir sind auf dem Planeten genannt. Wir sind auf einem Planeten genannt. Crandall abgestürzt. Crandall ist eine faszinierende Welt, denn das gesamte Innere des Planeten unter der Oberfläche ist ein sich ständig verändernder mechanischer Komplex, auch genannt das Urwerk. Das Urwerk scheint von Gremlins erbaut worden zu sein. Eine pelzige Rasse übler Monster, die unsere Anwesenheit nicht gerade wohlwollend aufgenommen haben. Ich würde gerne helfen, so gut ich kann, weil ich auch so alt bin. Wo befindet sich das Spiral? Wie war es schon wieder? HQ? Jetzt. Wir haben eine Stadt namens Haven entdeckt und haben dort eine Operationsbasis eingerichtet. Die Eingeborenen haben uns mit Essen, Unterkunft und Energie versorgt. Es ist nicht Isora, aber für den Moment ist es unser Zuhause. Ich habe deine Position markiert und glücklicherweise wirst du einen Lager in Abgrund überqueren müssen. Scheiße! Äh, um Haven zu erreichen, jetzt wo dein Lager mit Energie versorgt ist, gibt es vielleicht irgendwo einen Transporter, der ins Urwerk führt. Du könntest uns vielleicht auf diese Weise erreichen. Danke, Cora, ich werde versuchen, einen Weg über den Abgrund nach Haven zu finden. Nach dem, was ich gehört habe, wenn es einer schafft, dann bist du das Private Opa. Viel Glück. Ich spreche für Ende. Mission abgeschlossen! Nächste Mission. Ja. Die Überquerung des Abgrunds. Wer ist das denn wieder? No, Lobby brauche ich nicht. Haha! So. Tiefe 1. Die Reise nach Haven. Okay, also. Unsere Mission hier bei Spiral Night ist also nach Haven zu gelangen. Oh, das liebe ich auch. Was ich das denn alles sehe? Für ihr Zeug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es sieht so ein aus. Oder ich sage mal, Es kann sein, dass der mir nur folgt. Er hat nämlich keinen Namen. Und so. Hach ja, Schnelljourn. Du liebe Lider, um dich, um wie fein. Stacker Angriff. Schnauze. los geht's ich war hier rein ich war hier rein ich nehme das hier mal und werfe es hier hin so gut so also ich finde das spiel noch immer sehr toll also ich weiß nicht aber ich finde es toll nein scheiße also du hast geglaubt du kannst einfach mit dem artefakt davon spazieren was die beste fahrt her oder ich werde man nicht war bin ich mit dem wenden sieht aus als hätten wir keine wahl dieses ding ist nicht wert dafür zu sterben wer fertig beharrte das artefakt und werde dich trotzdem in brand stecken nein das war random was passiert dieser teufel es stürzt alles ein wir müssen auf der stelle einen weg finden ich war mit dem text nicht fertig kommen wir dann schneller auch schon und diese hitze los ich bin so dumm ich brenne ich brenne oh nein oh nein ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm auch die Gärten ein Du Idiot! Aha! Entschuldigung! Suche das hier mal in der Halt weg. Ist ja auch genau so. Die Musik ist wirklich sehr laut. Da muss ich wirklich... Was wird das? Hä? Stehen wir mal den Toten wieder auf? Die Dämpfe Maschine. Oh. Hä? Moment. Ich weiß, ich mach hier grad Müll. Okay, so. Hab ich jetzt noch leiser gemacht. Das müsste jetzt gehen. Ich möchte nämlich nicht hier berühren. Äh, falsche Weg. So, los geht's. Ähm. Ups. So, geht aus. Also, okay. Ich verstehe. Hä? Nein. Aber ich möchte gern dort drücken hin. Ah, ich verstehe. Ich hab's verstanden. Ja, ja. Aha. Leben. So. Äh. Das ist dann hier noch ein bisschen Erfahrung. So, kommt schon, Randon. Wir haben eine Mission zu tun. Äh. Hier oben hin. Und dann dort hin. Nein. Nicht hängen bleiben. Das riecht doch nach Falle. Oh, da ist die Ratte wieder. Hä? Was? Und du bist doch da? Das auch der Facult mir in miesen Knights. Werdet niemals deine Macht besitzen. Dich muss ich wohl persönlich vernichten. Nja, ha, ha, ha. Los. Komm her. Wenn du nicht raus. Nein. Du bist so scheiße. Du bist so scheiße. Lotte. Aua. Komm schon. Oh, nein. Annehmen. Nein. hola senioritas ich töte dich ich töte dich nein stirbt so hat normale bombe die hat gesessen glaube ich hoffentlich wie kein end screen oder so naja los geht es ist das also ich lese nicht hier alles durch die spieler kann man wissen das wollte ich nicht danke ich dachte hier hinten werden wir nicht fertig was was denn wenn der tag zu schnell zu ende geht naja das ergibt sinn nein okay ja warum nicht komm randon so ach du schweiß verblüffend ich hätte nie erwartet dass ein neuer leben aus diesem wrack gekrochen kommt und du musst wirklich was besonderes mein name ist ferner leutnant der spiel wir hatten zuvor gedacht dieser gesamte komplexe heraus gestorben und verlassen bis der transporter dort hinein plötzlich entsprungen ist bei der erforschung ist das gesamte dinge dann recht bald in flammen aufgegangen also ich erzähle dir jetzt von vielen abenteuern ich verstehe das sind sehr interessante informationen für das bei uns aber unser basislager in helden ist gleich dort vorne vor mit dem transporter nach oben und trifft dich mit den anderen die wie du den absturz überlebt haben wenn die techniker sind sicher ganz scharf darauf was das artefakt zu untersuchen sie werden sich darum kümmern wenn du helfen erreicht ist mach dir keine sorgen um die anderen im rettungslager dank dir haben wir nun ein funktionierendes transportesystem um sie zu erreichen um sie zu erreichen du hast sie alle gerettet danke leutnant ich werde jetzt weiter gehen nach eben ja tu das komm reden ein bisschen weiter abgeschlossen herr und schafft freigestattet trecker fahrer und schafft freigestattet rüstungssammler freie wird oba danke sehr ich bin so gut überquerung des abgrunds hier aber jetzt kommen wir zu haben das ist so wunderschön haben okay wenn wir jetzt in haben angekommen sind mache ich mission abgeschlossen ich bin aufgestiegen aber das wieder geschafft ich bin so froh gibt es du All right.